Ein ranziges Hallo. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, aber heute geht es um das Luit LCT 240 Pro. Das gibt es noch in schwarz, damit das direkt von Anfang an geklärt ist. Die weiße Variante kommt, ich hab hier gegen das Kabel gehauen, direkt am Anfang des Videos. Ich mach's direkt nochmal, dann... Jetzt ist auch gut. Die weiße Variante kommt mit dieser wunderschönen angepassten, auch weißen Spinne. Und dazu gibt es noch einen Stülpi, also einen Popschutz. Also nicht in etwa sowas hier. Magnetisch, das Ding ist vom 440. Sondern einen Stülpi. Halt einfach so ein Popschutz aus Stoff, aus Schaumstoff, sag ich jetzt. Ist es Schaumstoff? Ich denke, es ist Schaumstoff zum Drüberstülpen. So ähnlich wie auch beim SM7B. So, und hierum geht's auch, mitunter. Denn das SM7B ist ja so das Broadcaster-Mikrofon ohne Ende, schlechthin so. Und, ähm, ja, das, was ihr hier gerade hört, kostet, ähm, auf jeden Fall um einiges weniger als das SM7B. Das SM7B ist immer so 370 Euro teuer. Und das hier kostet gerade mal 135, jetzt zuletzt gesehen, ich sag immer mal so 140 Euro, mit Spinne und Popschutz. Das ist schon extrem nice. Und, ähm, ich möchte dieses wunderbare Mikrofon heute mal antreten lassen, gegen das SM7B. Und, total unfair, gegen den, oder gegen eines der Platzhirsche auf dem Markt, gegen das Neumann U87. Falls ihr einen Vergleich zum LCT-44 Pure haben wollt, oder auch zum LCT-1040, dann verlinke ich euch hier irgendwo ein anderes Video. Da, äh, vergleiche ich genau das mit den anderen beiden Luit-Mics. Und, nochmal für die Transparenz natürlich, ich bin Luit-Partner, deswegen ist dieses Video als Werbung gekennzeichnet. Ist aber keine Abmachung, äh, also für die Partnerschaft, ich soll das Video nicht machen. Ich möchte dieses Video machen, weil das Ding hier ist, hey, das ist schon fett. Genau wie mein Bauch, verdammter Mist. Alright, und um das noch vorher auch noch eben kurz klarzustellen, äh, man hört gerade einfach nur den reinen Mikrofon-Sound. Also es ist kein EQ reingefiltert, kein, äh, was hab ich denn alles im Gerät, was ich jetzt gebypasst habe. Also, kein EQ, kein De-Esser, kein Kompressor, kein Limiter, kein Fett-Distortion, kein, kein, kein. Also es ist auf jeden Fall so wie right out of the box, anschließend Kabel dran und let's go. Natürlich gibt es ein bisschen Unterschiede vielleicht im Klang, äh, bezüglich Pre-Amp. Ich benutze jetzt einen großen, fetten Pre-Amp und zwar einen SPL, äh, Channel One in der Premium-Variante. Und das Ganze geht dann ins, äh, Interface, das ist ein Focusrite 18i20 der dritten Generation. So, natürlich ist das auch ein bisschen unfair, weil das Shure SM7B ist ein dynamisches Mikrofon, demnach wird es wahrscheinlich ein bisschen dumpfer, ein bisschen mehr muddy klingen. Aber, äh, gerade jetzt für den Bereich Twitch und YouTube ist das Ding ja hier übertrieben verbreitet. Und, ähm, ja, ich, also ich bin immer noch ein großer Fan vom Shure SM7B. Ich liebe dieses Mikrofon, aber bei dem preislichen Unterschied, ich glaube, ich würde mittlerweile eher zu dem hier greifen. Aber, dann kommt natürlich noch ein Interface hinzu für, sagen wir mal, 100 Euro, einen Steinberg UR22, einen Focusrite, gibt's mittlerweile eins, das heißt Solo, keine Ahnung, oder halt einen 2i2. Dann, äh, sind wir bei 240, 250 mit Kabel, 260 Euro und immer noch circa 100 Euro günstiger als das hier. Hm, ich finde, der Klang, der kann jetzt schon extrem überzeugen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich, äh, gleich das SM7B anschließe, dann da reinspreche, dann wieder hier reinspreche oder, keine Ahnung, irgendwie so. Und, äh, danach werde ich nochmal alles Mögliche, was man so reinfiltern kann, an EQ, Kompressor, bla, 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 auf die Mikrofon-Audiospur legen, ja. Und dann, äh, ich muss husten, äh, äh, und dann direkt so dann da reinsprechen. Dann habt ihr die, äh, Vergleiche. Gut, ne, ja, super. Alright, also der Satz wird sein, äh, was sag ich für einen Satz? Also, ein ranziges Hallo, ich trinke unfassbar gerne Mineralwasser, am besten ohne Kohlensäure. Ein ranziges Hallo und auch jetzt mit dem SM7B angeschlossen, trinke ich sehr gerne Mineralwasser, am liebsten tatsächlich ohne Kohlensäure. Weil, dann kann man viel mehr trinken und muss nicht sofort rülpsen. Ich trinke immer noch sehr gerne Mineralwasser ohne Kohlensäure. Auch, wenn das Luit LCT 240 Pro hier angeschlossen ist. Habe ich schon gesagt, dass es das auch in Schwarz gibt? Ja, habe ich, oder? Ja. Ja, okay, das ist unfair. Das ist wirklich sehr, sehr unfair. Ich meine, dieses Mikrofon hier kostet 2500 Euro, das hier 140, ne. Also, egal, aber ich trinke trotzdem immer noch wirklich sehr, sehr gerne, äh, ne, ich fange mal an. Ein ranziges Hallo, äh, ich trinke sehr gerne Mineralwasser mit Kohlen-, verdammt, ohne Kohlensäure. Ich habe mich verraten, ich trinke beide Wasser eigentlich gerne, weißt du. Das ist eigentlich auch, das kommt drauf an, also beim Essen gerne mit Kohlensäure, aber normalerweise ohne Kohlensäure. Na, was ist mein Lieblingsgetränk? Richtig, Kaffee. Aber ich trinke auch hin und wieder mal einen Tee. Ich habe hier Tee. Was ist hier drin für ein Tee? Cold. Das ist einfach Eistee. Geil. Ich trinke jetzt einen Schluck Eistee anstatt Wasser. Übrigens, währenddessen das LCT 1040, hab ich 1040 gesagt? Das wäre Wunschdenken für 140 Euro. Siehst du, 140, 104, Mathe 6. Es sind zu viele Zahlen. Natürlich das LCT 42 Pro. Oh, oh yeah. Und jetzt werde ich EQ und Gedönsblabla in die Audiospur reinfiltern. Das Ding ist, das könnt ihr auch machen. Ihr braucht dafür keinen, keine Ahnung, man. 1.000 Euro, 500 Euro, 2.000, 3.000 Euro Preamp. Das geht auch softwareseitig. Zum Beispiel OBS hat ein EQ, auch ein Noise-Gate und so und auch ein Kompressor, soweit ich das weiß. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich mache jetzt einfach hier Dings rein. All right. So, das hier ist das... Oh, das klingt wirklich, wirklich, wirklich fett. Das hier ist das LCT 1040. Angepasst, so ein bisschen angepasst auf meine Stimme. Ich habe jetzt nicht extrem rumgefummelt, aber ich denke, das kann sich durchaus hören lassen. Ich habe ein bisschen reingeboostet, minimal im Bereich... Ja, was ist es? Ich muss gucken gehen. Ich mache das anders. Ich werde jetzt eine Kamerafahrt machen in 3, 2, 1. Ja, los. Und jetzt seht ihr, wie ich meine Einstellungen mit dem LCT 240 Pro vorgenommen habe, sodass es auf meine Stimmklangfarbe passt. Es ist immer eine Frage, ob man überhaupt irgendwie was anpasst oder so. Es heißt nie, dass man einen EQ benutzen muss oder dass man cutten muss, irgendwelche Frequenzen oder dass man reinboosten muss, dass man ein neues Gate benutzen muss und so. Ein Kompressor ist auch nicht immer nötig, sage ich einfach mal. Aber ja, das zeigt auf jeden Fall, was man aus 140 Euro rausholen kann. Ich meine, gut, der Preamp ist jetzt auch krass, aber trotzdem. Es geht ja um das Mikrofon, nicht wahr? Und ich denke, für 140 Euro, beziehungsweise mit Interface, 240 Euro ist das, also das, also, 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 ja, ja, hör mal, ja, na hör mal. Und ja, das ist natürlich, also, sorry. Ne? Aber, jetzt mal ohne Scheiß, wenn man sich das hier anhört und dann das hier anhört und dann überlegt, dass da über 2.300, ja, Mathe 6, wie gesagt, Euro Differenz zwischenliegen, das ist schon brutal. Also, es ist, ich weiß nicht, was Luit hier gemacht hat, aber auf jeden Fall vieles, vieles richtig, richtig gut. Und das ist noch nicht mal eine 1-Zoll-Kapsel hier drin. Ich glaube, das ist eine 17er-Kapsel. Könnt ihr nachlesen, auf diversen Musikseiten oder so. Oder vielleicht auch direkt bei Luit, denn, einen Link findet ihr natürlich, klar, in der Beschreibung. Ich glaube, der linkt aber sofort zum 10,40. Also, erschreckt euch nicht vor dem Preis von einem Kleinwagen. Ich habe das auch geschenkt bekommen von Luit. Und, das ist, äh, hui. Einfach dann Produkte und das hier auswählen und so, ne, ja. Sehr geiles Teil. Sehr geil wäre auch Futter für den Algorithmus. Demnach würde ich mich natürlich selber ein Like freuen und über einen Kommentar unter diesem Video hier natürlich, in dem ihr vielleicht mal eure Meinung schreibt, wie euch denn das Mikrofon... Ich versuche gerade, ich rede und währenddessen formt mein Gehirn gerade den Satz. Das ist, äh, wie findet ihr das Fluid-LCT? 42 Pro. Ey, so viele Zahlen heute. Meine Fresse. Ähm, tschüss. Okay. Das war's für heute.